Auf der Flucht Mal kurz das gucken Die schaffen wir glaube ich noch vorm Ding so da Vorm Fußball nachher Was passiert eigentlich theoretisch Wenn ich hier einfach mal jemand umknall Warum habe ich Triple Laser an der Waffe Also ich will hier Niemand umknallen aber Was wird passieren würde ich es machen Das würde ich schon gern wissen eigentlich So heben wir ab Ich hebe ab Nichts hält mich auf den Boden Oh wir müssen wir Narion Zur Sternenstation Und der Flucht geht los Los Und der Flucht geht los Willkommen in der Flucht Wenn Sie eine Medikation für eine Medikation Sie können ein bisschen Gas geben, um da hinzukommen auf jeden Fall. Das hat doch ganz gut funktioniert. Einsteigen. Ich verstehe, du hast einen schönen Tag, ich bleibe dir nicht. Ja, da bin ich. Ja, ich bin sehr froh, dass du dich kennenzulernen. Na, ich glaube, das ist das lange und kurz. Du bist der neuen Mitglied der Rangler und ich bin der größte. Wie geht's dir, Omer? Na, ich werde der Brust-Wrangler sein, Sam Co. Oh, er ist zu lange. Warum Korin muss, was, nein, zehn Jahre alt? Ich wünsche, sie ist zwölf. Ja, fast ein Kind. Teenager? Oh, mein Gott. Und hier, ich dachte, ich hätte genug Greyhäres bereits. Also, sind Sie zurück? Oh, nein, nein, nichts wie so. Ich bin nur hier, um zu sehen, die Kollegen zurück zu sehen, und zu sehen, welchen Probleme wir können. Ich verstehe. Na, zurück zu der Sache, dann. Also, ist einer der ersten Mercenari hier in der Klinik? Ich glaube, ja. Ich komme. Warum sind die Layser? Warum? Ich wurde festgenommen, weil ich gestohlen habe. Ich könnte mich nicht lieber festnehmen, als mich festzunehmen. Oh, jetzt muss ich wieder dahin. Auf was für einem Planeten bin ich hier? Ah, das war dumm. Das war dumm, Freunde. Ah, bei Hoptech war ich hier wieder. Okay. Da erkannte ich mich doch aus. Ich dachte nicht, dass mich jemand sieht, wie ich da klaue. Dad, du denkst, dass Salomon Co. mich liebte? Natürlich. Jeder liebte dich, nicht wahr? Du denkst, dass er dich liebte? Wenn du dein Vater hörst, Salomon Co. mich liebte. Ich bin der Vater. Ich bin der Vater. Das war so. Ich bin der Vater. Das war so. Ich bin der Vater. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tschüssi, Sam Hier, wie geht diese Tür auf? Hier, ist es noch weiter mit dem Schenke? Die Vektor und die Spiele. Ich habe gesagt, das Racken. So Achtung Schöpfen. Neuer Anzug, nice. Und neuer Helm. Gratis, Freunde. Gratis. Und neuer Digi-Dietrich. Und Sushi. Und noch ein Digi-Dietrich. Hier ist nix schon. Spinde, ne? Noch ein Digi-Dietrich. Ja dann. Tür ist offen, ne? Wir sollten vielleicht nochmal so ein Medi-Kit nehmen, schnell. Ich hab vergessen, wie man das schnell macht. Es gab irgendeine Taste, aber ich weiß sie nicht mehr. Ich weiß sie auch nicht mehr. Ich weiß sie nicht mehr. Aber jetzt geht's nicht mehr. ... ... ... ... So... Oh, ich hoffe, dieses Ort ist technologisch. Das hätten wir auch. Electronic Arts haben wir auch gezahlt für diesen Monat. Wir haben gerade die Meldung. Ich weiß wirklich nicht mehr, was die Schnelltasse dafür war. Das ist ein Kristall mit einem Kampel-Siegel. Das sieht so aus, als müsste ich da noch hoch. Zwei dieser Roboter. Ja genau, dann kriege ich einen Treffer und bin tot. Schade. Ich nehme jetzt schon ein Medikit. Habe ich irgendeine bessere Waffe geradezu? 61 macht ihn. Die schießt aber nicht so heftig. Ja, da habe ich doch keine Chance, Jungs. Die Waffe ist ja komplett trash. 47er Feuer, 150er Feuer, aber 4. 50er Feuerrate 10. Wir haben gerade immer die mit 25er Feuerrate 58. Wahrscheinlich meine beste, ne? 2. 2000. Mathe Mann. 150 mal 4 ist zu wenig. Was Elite betrifft nicht mehr, definitiv wird ein wenig. Beat jetzt schon etwas doch. Schadensresistenz brauchen wir Irgendwas Indem was wir kriegen können Schadensresistenz Schnell weitere Medikits nehmen Überzeugen Chance Das brauchen wir doch nicht Schnellen 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 Wieder heilen schnell Wir haben nur noch wenige Medikits Schnellen 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 Man kann keine mürzelen Schnellen Schnellen Und ich muss mich wieder heilen, ne? Junge, Junge. Habe ich noch irgendwas, was mir Heilung gibt? Nein. Ich bin ein Карf, was mir lebt. Ich werde keine Ahnung, es ist ein Schuss. Ich habe mich in der Kötü. wird wieder eine Wir müssen den noch schnell besiegen. Er ist down. Hier hat nichts mehr. Ich weiß, alles gut. Hier, wo geht's hier hoch? Oh, jetzt nicht auch noch das. Hier. Du hast halt das Gefühl, hätte er direkt am Anfang Dings gebracht, oder was? Oh, und was war das? Ich darf hier nicht sterben jetzt, ne? Ich hab keinen Anzug ausgerüstet. Ich hab auch keinen Rucksack ausgerüstet. Die ganze Zeit schon, oder was? Junge, Junge. Ja, an sich kann Süle das, aber, ja. Ich hab zwei Schuss für die eine Würfel. Hier hab ich ein paar mehr Schuss. Nehmen wir mal die. Junge. 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 Zwei Gegner sind hier noch irgendwann. Habe ich noch irgendwas zum heilen? Ne, ne. Ist vorbei mit Heilung, oder? Ja, das ist vorbei. hat der noch was zum heilen ok da oben wartet ein geschütz auf mich ich habe nichts zum heilen aber wow bringt ihr doch heute gar nichts ich baller mir jetzt alles rein was ich habe wo respawn ist? wie viel ap habe ich? bei zwei gegnern und immer noch nichts zum heilen ich habe nichts zum heilen das ist ein single player das ist mein zwisch Was ist das? Ich geh nochmal runter und nach oben gucken, schnell. Kommt auf den Monat an. Ich glaub, diesen sind zwei oder drei sogar am Dings. Zwei oder drei am Freitag. Gibt's hier kein Medikit mehr? Eingfu. Gibt's auch gar nicht. Das ist ein Kristall mit einem Kapital C. Theoretisch jeden Monat mal abschließen, ja? Ich brauch nur ein scheiß Medikit, dann hätt ich's. Wie wirft man die? So, okay. Der ist von halb down, Junge. Oh, das gibt's doch nicht. Wo haben wir die ... Hier, werfbaren Items. Ich spiele da Granaten. Jetzt hab ich nur noch zwei auf einmal. Wo hab ich denn die andere gehabt? Hatte ich die von dem? Wo ist sie hin? Ist die Leiche einfach despawned, Junge? Unfassbar. Die andere Waffe kurz nehmen. Ah, welche waren das? Die, oder? Ja, ja. Hi, Whoop. What's going on? Ich muss halt treffen, dann würde ich treffen, wäre der Isidon. Ich muss halt treffen, dann würde ich treffen, wäre der Isidon. Wo wirft die die Nate hin, Junge? Oh, unfassbar. Oh, unfassbar, fassbar, fassbar, fassbar. Wo ist denn? Okay, ich hab noch viel mehr HP jetzt auf einmal. Äh, schnell die Nate ausrüsten wieder. Bille Granate, let's go. Dann nehm ich noch die Waffe mit. Dann nehm ich noch die Waffe mit. Okay. 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 Let's go. Let's go. Never wiser would be in my way. Okay. 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 Ich und mein Freund hier werden dir die Dinge tun. Hm, wie mache ich das jetzt am besten? Ich mache die Mission schnell fertig. Oder probiere es zumindest noch eins von mir. Ich habe sie irgendwo in Hilfe. Nein. Okay. 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 Oh ja ja! Ich mache das wirklich einfach für uns beide. Ich habe vielleicht ein paar Wochen zu leben und ich habe sie nicht hinter den Barsen. Wenn du willst, einen Ende hier und jetzt? Dann geht es gut. Dann geht es mit. Leben hat mich genug gemacht, wie es ist. Aber wenn du willst, dass ich mich auf meine eigenen Terms sterben, dann lasst mich in Frieden. Doch, gleich, Luke. Muss noch die Mission fertig machen. Ei, 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 okay. Oh, ich kann nicht schnell reisen hier. Okay, dann machen wir das hier später. Ich speichere hier schnell. Wir haben bisher heute nur Starfeed gespielt, oder? Sonst haben wir nichts gemacht. Hab gar nichts mitbekommen. Ich bin immer noch halb tot. Ähm. Das war, glaube ich, nicht die beste Idee, hier zu springen. Ich komme nämlich nicht wieder hoch und muss jetzt hier runter. Ach, doch, war okay. Ei, 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 ei. Komme ich hier durch? Wo komme ich durch? Das führt dahin. Dahin. In den Raum komme ich hier rein. Nein. Probieren wir einfach den Fahrstuhl wieder nach oben zu nehmen? Nein. Wie kommen wir raus? Warum irgendwie ein Schalter, den wir hinten drücken müssen? Ich gehe mal nach oben und gucke mal da nach. Wir sind halt die ganze Zeit jetzt so halb tot. Wir müssen mal einen Shop für einen Medikits verkaufen, um uns mal damit voll zu klatschen, eigentlich. Hier ist doch bestimmt irgendwo eins, oder? Die pönnt hier einfach gemütlich, okay. Hier hat man Angst vor Gott. Geschütz-Steuerungs-Computer, den hätte ich mal vorher gebraucht. Kann man hier einfach raus? Ah, hier kann man raus, okay. Ich habe mir Frustschokolade mitgebracht. Ich habe den Knopf nicht gesehen. Oh, ich bin mal alles mit, ne? Gibt es hier irgendwo Medikits? Die Kante wiegt viel zu viel 10 Kilo eine? Hier ist ein Medikit. Das hätten wir vorhin gebraucht, Freunde, das Medikit. Here we go. Ab nach oben mit uns. Was ist das? Sieht so ein bisschen artefaktmäßig aus. So, zurück zum Raumschiff. Oh, was ist das? Cheyenne wartet auf mich. Oder Cheyenne. Ich schwöre, ich war weg. Hi, Apple, das erzählt hier auch. Reden wir besser nicht drüber, ne? Ich habe hier Frustschokobongs am Start. Rufus, dein Raid hat nachgeschaltet, glaube ich. Dein Raid war noch da. Also sagen wir es so, ich bin gebrochen ein bisschen. Das Gute ist, jetzt ist Wochenende. Sprich, wer jetzt Sonntagabend wäre scheiße. Warum ist das so verwaschen gerade? Ich verliere Sauerstoff, mega krass. Deswegen. Die Lule gar nicht mitbekommen. Kann ich mal ein bisschen was wegschmeißen einfach von dem Zeug, was ich mit mir rumtrage? 171, was habe ich denn mitgenommen? Da schallert es ja komplett rein. Wieviel ist die wert? Steht das irgendwo? Nehme ich gleich wieder mit auf dem Rückweg. Vielleicht. Liegt ja hier alles wahrscheinlich noch. Barca Light John, Felix. Haben die den nicht mal... Ah ne, Atletico hat den gekauft. Oder hat Barca den nicht mal gekauft? Ich bin verwirrt. Hi, Helga. So, gehen wir mal hier ab. Kann man so sagen, ja? Hab ich doch gesagt, ne verschlüsselte Slate. Kein Problem. Let's go. Level up. Start. Untertitelung des ZDF, 2020